Der Theresenhof zeichnet sich aus durch ein elegantes Gebäude inmitten von historischen Plätzen. Wir haben hier sehr helle Räumlichkeiten und modernste Technik. Gemeinsam mit dem freundlichen Servicepersonal ist das das perfekte Ambiente für ihre Veranstaltungen. Des Weiteren haben sie die Möglichkeit, fest angebietete Räumlichkeiten bei uns zu nutzen und diese dauerhaft anzumieten. München ist definitiv die Stadt mit den höchsten Mieten in ganz Deutschland. Dazu kommt, dass kaum noch konventionellen Flächen verfügbar sind. In einem Office-Center können sie durch die Nutzung von Gemeinflächen und unserem umfangreichen Serviceangebot Ressourcen sinnvoll einsetzen. Sie haben die Flexibilität jederzeit Flächen dazu zu nehmen oder wieder abzugeben. So bezahlen sie immer nur das, was sie auch wirklich benötigen. Um herauszufinden, welche Lösung für sie am passendsten ist. Nutzen sie hierzu gerne unseren Konfigurator auf unserer Internetseite oder kommen sie auf einen persönlichen Kaffee vorbei. Wir sind umgeben von sehr vielen Cafés, Restaurants und Bars. Wenn wir ihnen hier behilflich sein dürfen und sie eine Empfehlung benötigen für ihre Mittagspause oder auch um den Feierabend entspannt ausklingen zu lassen, dann stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. Wir sind hier im schönen Hofgarten in der Mitte zwischen unseren Office-Solution-Centern in der Maximilienstraße und in der Theresienstraße. Das bedeutet, dass unsere Kunden die Einrichtungen an beiden Standorten bequem erreichen können und alles gemeinsam nutzen können. Unsere Konferenzräume, unsere Meetingräume und unsere Lounges. München ist ein internationaler Standort. München ist bekannt für Medizin, für Informationstechnik, für ganz viele Themen. Unsere beiden Standorte in München befinden sich an der Ludwigstraße und an der weltbekannten Maximilianstraße. Mit einer solchen Geschäftsadresse auf Ihrer Visitenkarte genießen Sie überall hohes Ansehen. Vielleicht laden Sie Ihre Geschäftspartner einmal ein zum Oktoberfest. Und vielleicht sieht man sich da mal.